Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Altcoin-Update-Video. Heute schauen wir uns Myria ein bisschen genauer an. Ist ein Web3-Projekt, was ich jetzt auch erst kurzfristig ins Portfolio aufgenommen habe, wo jetzt auch mein Entry genau da ist, wo wir uns eben gerade befinden. Deswegen sehr, sehr aktuelles Video für euch. Solltet ihr daran interessiert sein, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ist ein interessanter Low-Cap, genauso wie Nakamoto Games. Schauen wir uns das Myria ein bisschen genauer an. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk-und-Signal-Gruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Die Links dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Außerdem, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne mit dem Link unten in der Videobeschreibung bei BingX anmelden. Ist meine Partner Exchange momentan ein geiler Trading-Wettbewerb wieder hier am Laufen, wo ihr ordentlich abstauben könnt. Und auch gleichzeitig, wenn ihr Bock habt, natürlich Myria kaufen könnt. Auch mittlerweile sehr, sehr cool auf jeden Fall an dieser Stelle. So, jetzt aber rein in das Projekt. Also wir haben hier eine Market Cap von 58 Millionen. Also für mich immer noch ein bisschen Low-Cap, weil es sich der niedrigste. Trotzdem Circulating Supply 23 Milliarden. Momentan 50 Milliarden gibt es insgesamt. Also 50% Token kommen hier noch auf den Markt. Bei den größten Börsen eigentlich so gelistet, BingX, Maxi, Bitgate etc. pp. Könnt ihr alles nachgucken. So, ich habe es im letzten Video schon gesagt. Bei mir war der Grund, warum ich Nakamoto Games gekauft habe zum Beispiel, weil ich noch keinen Gaming-Sektor drin habe. Und Web3 hatte ich eben auch noch nicht. Und da bin ich eben auf das Projekt gestoßen. Hat mir relativ gut gefallen. Vor allem, weil es noch ein relativ neues Projekt ist. Muss man ja auch dazu sagen. So, was noch nicht diesen Bullrun hatte 2020, 2021. Wir hatten hier zwar eine kurze Phase Ende Dezember, wo es ordentlich nach oben ging. Und seitdem kennt der Kurs nur die Richtung nach unten. Und normalerweise bei so Altcoins, die es schon länger gibt, erreichen wir meistens nicht mal mehr das alte All-Time-High. Deswegen hier ein sehr, sehr interessanter Coin. Wenn wir uns das mal ganz kurz angucken. Ich habe hier schon das FIP-Level gezogen von Dezember bis zu unserem Tief hier bei 0,0015 US-Dollar-Cent. Sehen wir, nach oben hin haben wir nach derzeitigen Standpotenzial ins Golden Pocket 423%. Und da reden wir noch nicht vom All-Time-High. Also sehr, sehr interessanter Coin an dieser Stelle. Wir haben aber auch hier immer noch dieses Abwärtspotenzial, was natürlich auch noch mit einberechnet werden muss. Von knapp 50% bis zum wirklichen All-Time-Low. Und das muss man immer hier vor allem bei Low-Caps mit einbeziehen. Vor allem, weil ich immer noch davon ausgehe, dass Bitcoin auch eine Korrektur kriegt. Und wir immer noch nicht in einer Altcoin-Season sind. Ganz, ganz wichtig bei diesen Dingern. Ich habe hier 25% investiert und werde, sollten wir hier noch weiter runtergehen, nochmal 50% aufstocken. Auf jeden Fall. Hauptsache, ich bin im Markt schon mal drin. Das ist Step Nummer 1 und ganz, ganz wichtig. Nie drauf warten. Du wirst niemals den perfekten Entry finden. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber dann auch schon mal vorher zumindest einen kleinen Teil investieren, dass du drin bist, sollte die Rally irgendwann starten. Lieber damit zufrieden sein, dass du drin bist, anstatt dann irgendwann rumzuholen, oh, hätte ich dann nur da und da investiert. Deswegen bin ich so ein Fan von DCA, nach unten hin dann immer weiter einzukaufen. Ja, wir sind hier auf dem Daily-Time-Frame. Es sieht eigentlich relativ gut aus. Wir haben hier dieses letzte Hoch damals bei 0,0035 gebrochen. Auf Daily-Sicht befinden uns aber auf dem Lock-Chart immer noch in einem Abwärtstrend. Also diesen müssen wir nach oben hin auf jeden Fall früher oder später durchbrechen, damit wir hier eine Chance auf das Golden Pocket auf jeden Fall haben. Und ich habe jetzt bewusst das Golden Pocket hier gezogen, weil, wie gesagt, ich bin kein Fan von so Listing-Geschichten, diese Listing-Pumps und sowas. Das ist für mich ein bisschen akkurater. Und da würde ich dann sogar Bullrun hoch, wenn sich natürlich Web3 wieder durchsetzt. Wir haben immer unsere Phasen mit RWA, Gaming, was weiß ich, Meme und auch Web3, was natürlich für die Zukunft sehr, sehr wichtig ist. Würde ich sogar so weit gehen, dass hier Preise bis auf ungefähr 0,028 US-Dollar drin sind. Das heißt, ein 10x wäre hier bei Bruch des Golden Pockets, was wir hier oben eben drin haben, meiner Meinung nach sogar drin, vor allem, weil wir hier von einer Market Cap von 50 Millionen US-Dollar sprechen. Also Low Cap, wie gesagt, risikoreich. Ihr könnt gerne mal eure Meinung in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Wie gesagt, Trading, lasst die Finger davon. Wirklich kann ich euch nur abraten. Spot kaufen ist was anderes. Das ist für das Langzeitportfolio, aber nicht dafür gedacht, dass hier diesen Cointrade ist. Deswegen werde ich auch nicht tiefer in die Analyse eingehen. Daily Chart ist hier verdammt wichtig, mehr nicht. Volumentechnisch sehen wir, okay, zuletzt kam wieder ein bisschen mehr Volumen rein. Positives Zeichen, aber Trading würde ich an eurer Stelle hier auf jeden Fall sein lassen. Ihr könnt gerne mal eure Web3-Projekte unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht suche ich mir da auch nochmal eins raus, was ich analysieren kann. Schreibt es unten rein. Like da lassen, Abo da lassen und auch gerne mal unten reinschreiben, ob ihr schon in dieses Projekt investiert seid. Ansonsten hören wir uns zum nächsten Altcoin-Update-Video wieder. Das war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay Crypto.